Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man ganz einfach eine Videoaufnahme machen kann, ohne dass die Dateigröße zu groß wird. Das ist dann von Vorteil, wenn man zum Beispiel ein Video machen möchte, dass man per E-Mail versenden möchte. Ich empfehle hier, weil mein Android Handy hat, die Kamera MX App. Man geht in den Google Play Store hinein und sucht hier nach der Kamera MX, installiert diese App und öffnet sie dann. Ich habe sie jetzt bei mir installiert. Ich habe bei mir hier dieses Link auf meiner Oberfläche, Kamera MX. Ich drücke einmal da drauf. Es wurde geöffnet und ich sehe schon, man sieht mich. Wenn ich jetzt hier herklicke, dort oben im oberen Bereich, wechselt die Anzeige nach vorne. In dem Fall sieht man hier einen Raum zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, kann man sich selber zum Beispiel filmen oder eben jemand anderen. Entscheidend ist jetzt, dass man hier bei den Videos eine geringere Dateigröße einstellt. Man geht dann hier hier oben auf diese drei Punkte rechts oben und geht dann hier rechts im oberen Bereich hier auf dieses Videosymbol, wo 480 momentan bei mir steht. Ich klicke einmal drauf und je öfter man drauf drückt, umso wird die Auflösung verändern. Wenn ich 480 eingestellt habe, habe ich genau eine niedrige Auflösung eingestellt und das möchte ich ja jetzt hier momentan. Ich drücke jetzt dann herunten ins Bild hinein. Wenn ich jetzt dann links unten auf dieses 480 und das Videosymbol drücke, beginnt die Videoaufnahme. Ich mache das jetzt einmal. Die Videoaufnahme wurde jetzt beendet und wenn ich jetzt rechts unten in dieses Vorschaufenster gehe, da hinein klicke, dann sehe ich Aufnahmen, die ich bereits gemacht habe. Klicke dann hier hinein. Da sieht man da das Video. Ich mache jetzt nochmal auf 480, in dem Fall ist es rot hinterlassen. Ich drücke jetzt da drauf, gehe hier oben dann links zurück, habe nochmal diese Aufnahme und kann sie dann auch teilen. Ich kann jetzt hier hergehen, dieses Teilungssymbol und kann sie dann per Gmail dann zum Beispiel hier unten weiterleiten. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.